ja hi ich bin zurückgekommen während des pokémon streams ja war eine große nummer und damit hallo leute mein name ist sozialinstock und herzlich willkommen zum esteem for adventskalender den vierten bereits und ja heute kommt ein video was man normalerweise nicht mehr so reaktion wurde aber man in den adventskalender packen kann von einem morgens nikolaus da tut man natürlich am tag davor nicht leichter ein highlight nehmen und zwar das zwei millionen subspecial announcement damals das habe ich tatsächlich noch nicht reaktet und ja irgendwie auch ein bisschen dumm darauf zu reaktion aber ich sagte ich reakt zu alles mit der zeit also letzte pro also dem weinem er was da drin war schon so lange her schon wieder ein computer hin ja das war keine dumme idee die specials waren super wir wünschen die 1.000 reichen ja das war so ein cooles becher aber leider kam es bisher nicht schon wieder will be a friend collaboration from you the audience that's right guys we want to see what you guys can pull off making SMG for machinima video and submitting it to us the ones we think that you guys will like or find really funny we will put together in a sub mod not video one epic two million sub video we're at the stage of our career where we don't just want our channel just to go we want the audience and community to grow alongside us as well ja inzwischen inspirieren sie sich ja sehr stark an der community we got a dollar oh boy tell us all about it ja zum beispiel mein beta video was beta in ein egg verwandelt wurde kann man ja nie bestätigen aber es ist sehr sehr starke zusammenhaken halt zu der ressource sache und dem act also das tour plakat vorhin war auch noch eine beta die tour wurde ja später anders darauf habe ich tatsächlich reagiert das ja 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 da van ja 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 Das ist klar. Damals war es noch nicht so stark bekannt, tatsächlich, dass er Fischibubkens spricht. Das wurde ja verwendet! Die ganzen Voices, die wurden damals verwendet im Special. Ja, dieselben Regeln wie in 3 und 3. Dem war eine Special. Leider bisher noch kein weiteres Mal gekommen, aber vielleicht in Zukunft wieder. Wir meinen, dass Twitter alles mal gehackt wurden und jetzt alles bis auf das neue weg ist. Ich liebe es. Ich liebe es. Keep on creating, folks. Und wir sehen uns nächste Mal auf SMG4. Bye-bye! Bye-bye! Und damit bedanke ich mich für das Zusehen. Bleibt sozial. Lass da da. Und Bye! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.